Musik Ich bin froh und dankbar, diese wunderschöne Reise erlebt zu haben. Aida hat wieder bewiesen, dass wir alle eine Familie sind. Wir hatten noch nie so eine freundliche und herzliche Besatzung. Musik Ich freue mich manchmal schon über, ein Jahr vor der Reise endlich an Bord zu gehen. Es ist jedes Mal, wie nach Hause kommen. Es ist schön an Bord, viele Menschen kennenzulernen. Und nicht zu vergessen, an allen Stellen, das Lenschen im Gesicht der Mitarbeiter. Ganz, ganz toll. Puh, schöne Komet hier. Aber liebe Gäste, danke und schönen Urlaub mit AIDA Blue. Immer. Musik Es war meine erste Kreuzfahrt. Ich war überwältigt von AIDA Blue. So viele tolle Dinge auf einem Schiff. Wahnsinn. Ich möchte AIDA meinen Dank dafür aussprechen. Für das, was die Crew mit dieser Reise unter den schwierigen Bedingungen auf die Beine gestellt hat, um uns einen sicheren und wunderschönen Urlaub zu bereiten. Es war eine sehr emotionale, tolle und unvergessliche Reise mit einer motivierten Crew auf AIDA Blue. Auf ein baldiges AIDA sehen. Gänsehaut. Es war wunderschön, nach so langer Zeit wieder an Bord zu sein. Und trotz geänderten Rahmenbedingungen war es eine tolle Reise bei Superwetter und mit einer fantastischen Crew. Wir sind glücklich, dass wir dabei waren. AIDA hat mit dieser Reise gesagt, dass sie alles unternehmen, um ihre Gäste glücklich zu machen. Und das ist gelungen. Ihr leistet alle 150 Prozent Danke. Ich muss gestehen, wir sind mit dem ganzen Herzen und überlaufenden Emotionen gefangen von diesem unglaublich schönen Urlaub. AIDA ist und bleibt der beste Urlaub aller Zeiten. Es ist so unendlich traurig, dass die Schiffe jetzt wieder pausieren müssen. Es stimmt einfach alles an Bord. Das Hygienekonzept ist mit so viel Herzblut ausgetüftelt und gelebt worden, dass es das Urlaubsgefühl überhaupt nicht gestört und schon gar nicht gemindert hat. Was sind schon Maske und Handschuhe beim Shuffleboard, wenn der altbekannte Kampfgeist bei den Teams ungebrochen ist? Was sind schon 1,50 Meter Abstand voneinander, wenn der Blick auf den Horizont noch genauso berauscht? Was ist schon das fehlende Buffet, wenn die Teller dafür mit so viel Perfektion angerichtet sind, dass man sich schon fast im Rossini wehnt, obwohl man im Marktrestaurant saß? Und überhaupt, die Bestellung der Speisen und das Servieren der einzelnen Gerichte, das war ganz großes Kino. Das Beobachten der Szenerie, wie quasi ein Rädchen in das andere griff, war schon ein Highlight und die Show der Reise. Riesiges Lob an die Küche, an die Restaurants und an die Bars von Aida Blue. Ich fahre gerade von der Blue zum Flughafen. Es war so schön. Die Routenänderung war perfekt organisiert. Das Konzept ist super durchdacht. Es war eine sehr tolle, emotionale und schöne Reise mit Aida Blue. Immer Richtung Horizont. Alles Schlechte vergessen, nur genießen. Wir danken euch wieder einmal für viele große und kleine Momente. Ich freue mich auf ein Aida Wiedersehen. Ein super Service, von der Rezeption über das Housekeeping bis hin zur Bedienung in den Restaurants. Eine super Küchenleistung. Kompliment an den Chefkoch und seine Mitarbeiter. Ein unwahrscheinlich tolles Entertainment. Tobi mit seinen täglichen Interviews in der Primetime. Crew Meets Band und auch der Lektor, der uns mit seinen Vorträgen über Italien fesselte. Sowie Tobi Wilson, der die italienischen Opern-Arien in einer Frische sang, dass man eine Gänsehaut bekam. Einfach Danke. Liebe Gäste, Einfach Danke sagen wir auch zu Ihnen. Danke für dieses fantastische Feedback, das Sie uns nach unserem Restart eingesendet haben. Leider können wir Sie aktuell nicht an Bord unserer Kussmundschiffe begrüßen. Aber eines verspreche ich Ihnen. Wir sind allzeit bereit, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu können. Unsere beiden Artisten. Sie trainieren weiterhin fleißig, damit die Choreografie sitzt, sobald Sie wieder an Bord kommen können. Zur guten Unterhaltung im Theatrium gehört natürlich auch das passende Lieblingsgetränk mit dazu. Herzlichen Dank Arni. Den können Sie natürlich entweder hier bei den Shows genießen oder an einer der vielen Bars, die wir hier an Bord von AIDA Blue für Sie bereithalten. Cheers! Auch unsere Restaurants sind bereit, Ihnen wieder Genussmomente zu schenken. Herzlichen Dank für das leckere Essen. Vielen lieben Dank. Für Entspannung und absolute Ruhe sorgt natürlich auch weiterhin Ihr Body & Soul Spa Bereich. Getreue dem Motto, reinkommen und einfach wohlfühlen. Für Andenken an Ihren Urlaub hier an Bord hält unser AIDA Shop natürlich ein breit gefächertes Sortiment für Sie bereit. Schmuck, Kleidung, Deko und Genussartikel warten schon jetzt auf Sie. Dieses Accessoire darf bei mir auf Kabine auf gar keinen Fall fehlen. Ein Dodo, bitte! Liebe Gäste, wie Sie sehen, unser Kapitän, seine gesamte Besatzung und auch ich, wir sind alle bereit, mit Ihnen wieder unvergessliche Momente erleben zu können. Wir warten und freuen uns auf Sie! Schmuck, keine Ahnung! Die Gesetungen auf gekriegen,emenschирische Moment活電